Was ist eigentlich unter einem Airbag? Siehst du drin aus, wie ist das Luftkissen aufgebaut? Das gucken wir uns heute an. Ich werde diesen Airbag heute zerlegen. Das Wichtigste, du wirst das nicht selber machen. Das darf man bloß machen, wenn man hier so ein Zertifikat hat. Ich blende es euch kurz ein. Muss das Ding raussehen, dann geht das. Das ist unser Stecker. Das wird so verklammert und die müssen wir jetzt lösen. Jetzt kommt er. Alle sechs Stück sind draußen. Jetzt können wir unsere Kappe hier komplett abnehmen. So. Okay. Das hier ist unsere Sprengkapsel. Können wir mal entfernen. Voila. Da ist unser Sprengstoff drin. Das hier ist es unser Airbag-Sack. Okay. Der ist es hier komplett ummantelt mit einer Folie. Der wird ausgepackt. Und gucken wir uns die Falttechnik mal an. Das ist eigentlich schon relativ groß. Puh! Das hier ist eine große Wichtigste. Das ist unsere Wichtigste.